Nein, also ich sehe das Ganze viel weitergehend. Ich glaube, dass wir vor sehr großen Veränderungen stehen und man muss doch nur sehr ehrlich mal mit sich sein oder mit seiner Familie sprechen, das ist doch alles evident. Also die Parteiendemokratie, die wir erleben, führt sich meiner Ansicht nach selber in den Exitus. Es ist doch gar keine Demokratie mehr. Wir können einmal in vier Jahren ein Kreuz machen, wählen eine Partei und danach machen die, was sie wollen. Zu den wichtigen Entscheidungen, ob man den Euro haben möchte, ob man möchte, dass Portugal zum Euro gehört oder nicht. Es ist kein Mensch gefragt worden und es ist eben so, dass durch die mediale Beeinflussung die meisten Menschen, weil die Zeiten sehr gut waren für sehr viele Menschen in den letzten Jahren, Ich würde sagen, 80 Prozent der Bevölkerung geht es heute besser als vor 20 Jahren, vielen sogar sehr viel besser. Nur wird es nicht anerkannt und keiner freut sich drüber, zumindest in Deutschland nicht. Also das System, dank Corona geht schneller vor die Wand. Die Frage ist, wer löst es aus, wann wird es kommen? Wir haben ja mit den modernen Medien ganz neue Möglichkeiten, demokratisch Einfluss zu nehmen. Meiner Ansicht nach müssen ganz neue Modelle her und ich bin sehr zuversichtlich, es wachsen fantastische junge Leute nach und es ist halt die Frage, ist es in zehn Jahren, in fünf Jahren, was für ein Kladderatsch hat das? Schauen wir bis dahin. Aber es kann ja nicht angehen, denn die Wahrheit ist doch die, aufgrund des Wohlstandes, den wir haben, haben sich in den letzten 30 Jahren, würde ich sagen, praktisch die Top-Leute in ihren jeweiligen Feldern aus der Politik rausgehalten, sind Chefärzte geworden, Unternehmensgründer, reiche Leute geworden oder für andere Dinge sich engagiert, aber sind nicht in die Politik. Und dafür zahlen wir jetzt die Quittung. Die schwachen Leute sind in der Politik. Es ist einfach eine andere Generation. Nach dem Krieg waren Leute durch den Kriegseindruck so aufgerüttelt, dass sie ihren eigenen Egoismus zurückgestellt haben und haben sich zum Teil, ich bin ja in einem, ich bekenne mich dazu, in einem Jesuiteninternat groß geworden, habe fantastische Persönlichkeiten erlebt. Meine Frau, ein Gegenmodell, hat fantastische Nonnen erlebt, die im KZ waren und die daraufhin ihr Leben einer Sache gewidmet haben. Und genauso war es hier, der Wohlstand in Nordeuropa ist doch entstanden, ja nicht nur in Deutschland, sondern Dänemark, Holland, auch Teile von Belgien bei den Flamen und so weiter, durch die soziale Marktwirtschaft, ja, und weil sich Leute von großem Kaliber, egal welcher Partei, und da muss man ja sogar heutzutage noch den Herbert Wehner erwähnen, Carlo Schmidt von der SPD, große Leute, ja, und selbst Franz Josef Strauß, der sicher eine schillernde Persönlichkeit war, das waren Leute, die heute nicht am Ruder sind. So, und wir haben uns diesen Luxus geleistet, weil es uns saugut geht. Natürlich gibt es Leute, die immer Pech haben und Probleme haben und so weiter, aber das ist doch die pure Wahrheit. So, und das Resultat sehen wir jetzt, diese Leute sind alle komplett überfordert und der Schock ist, dass es so wenig Alternativen gibt. Früher war man gewohnt, aha, da haben die Deutschen mal wieder zwei Weltkriege angezettelt und alles war im Eimer, aber wenn man in Stockholm saß oder in Zürich, dann hat man es gut. Oder andere haben den Krieg auf den Bermuda-Inseln abgesessen. Das Erschreckende ist, dass diese Schwachleistung der Politik die ganze Welt ergriffen hat. Es nützt ja gar nichts, jetzt nach Florida auszuwandern oder auch leider nicht nach Brasilien. Das ist der große Schock. Und insofern denke ich mir, die modernen Medien, die modernen Systeme, da bin ich für euch der Meinung, mit Herrn Homm, werden das noch sehr lange am Leben erhalten, aber wer klug ist, segelt da nicht mit. Und auf den Staat sich zu verlassen ist äußerst schwierig, aber selbst in der französischen Revolution, die eine Familie, die hatte eben alles verloren und der Kopf landete im Korb unter der Guillotine und die andere Familie hat halt rechtzeitig Vorsorge getroffen und hat im Elsass das Gold vergraben, was wir heute wieder rausholen können, zwei Meter unter der Erde. Also ich kann nur appellieren, sich nicht in die Hobbypolitik zu begeben, als Dauerkommentator abends nach dem Würstel, sondern ganz pragmatisch zu überlegen, mit gesundem Menschenverstand, wer hat hier eigentlich überhaupt noch die Birne an? Und es ist ja evident, sehr erschreckend, die Zahlen. Es ist ja an sich fürchterlich, dass man diese Zahlen notieren muss. Ich tue es nicht. Aber es ist doch sonnenklar, das Papiergeld ist im Eimer. Und auch seit Jahren, weiß ja selbst ein 15-Jähriger, dass der Euro Mist ist, weil ein Nordeuro aus Ländern mit einem gleichen Arbeitsethos, das hängt vielleicht auch mit der Religion zusammen, mit den Temperaturen, mit dem Lebensstil, ein Nordeuro wäre bestimmt ein interessanter Euro, eine interessante Währung. Aber der Euro, wie wir ihn haben, ist ein Kunstprodukt der Politik. Und die Politik hat noch nie Wohlstand erwirtschaftet. Der Wohlstand kommt von Leuten, die mit Passion sich den Arsch abarbeiten, die in der Lage sind, Leute zu motivieren, wenn viel zu tun ist, auch am Samstag zu arbeiten. Da kommt Wohlstand her. Doch nicht von einer schwachen Figur, die Staatssekretär ist und in Berlin oder irgendwo in Brüssel an einem Schreibtisch sitzt. Der kann doch nichts. Das ist die Wahrheit. Und was so erschreckend ist, ist, dass man früher solche Diskussionen öffentlich geführt hat und dass es nicht mehr wünscht ist, dass man sich nicht mehr darauf verlassen kann. Da muss ich leider Ihre Branche ansprechen. Das Totalversagen des Journalismus ist eine Katastrophe. Und ich weiß nicht, wie viele Ihrer Kollegen, ich spreche nicht Sie persönlich an, wie viele Ihrer Kollegen in den öffentlichen Medien eines Tages mit einem guten Gewissen sterben wollen. Ich weiß es nicht, wie die das fertigbringen wollen. Denn der Selbstbetrug geht nicht bis in die letzte Stunde.